So meine lieben Leute, das soll es jetzt auch gewesen sein mit unserem Praktikums-Vlog oder besser gesagt mit meinem Praktikums-Vlog. Ich habe jetzt Wochenende, das war auch mein allerletzter Tag heute, mein allerletzter Praktikumstag und hat mir alles richtig viel Spaß gemacht, war echt alles chillig und so. Und ja, ich habe jetzt irgendwie voll Bock das wieder zu machen, aber ja, das kann ich auch machen. Es wird aber erst im Mai passieren, also wir haben noch ein bisschen hinzuwarten und deswegen kann ich, und ich kann euch bis jetzt auch immer noch nicht genau sagen, wann es stattfinden wird und von wann bis wann. Es wird nur eine Woche Praktikum sein und ich weiß auch nicht, wie viele Tage ich das jetzt mache und so. Ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und wie gesagt, ich bin kein Vlogger-YouTuber oder so, sondern habe es einfach mal ausprobiert. Und falls es irgendwelche Verbesserungen gibt, kann ich ja mal nachschauen. Aber ja, ich bin jetzt, wie gesagt, kein professioneller Vlogger, deswegen kann ich jetzt einfach auch nicht genau alles machen. Und ja, ich wünsche euch in dem Sinne einfach noch was. Wir sehen uns morgen wieder oder später. Und ja, würde ich einfach sagen, haut rein, meine Lieben. Ja, bis morgen. Und wenn ich mich nicht täusche, kommt da vorne auch schon meine Freundin. Ich wünsche euch was, meine Lieben. Ciao.